Hörst du das? Zarte Klavierklänge, Hafer und ein sanfter Wind, der über Wiesen streicht. Willkommen zur Entspannung wirkt Sound, deinem Podcast für entspannende Naturgeräusche und Musik. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast. Heute kannst du bei einer Musik entspannen, bei der die Töne wie aus einem Zeitlupen springen. Ringbrunnen, durch die Luft schweben und langsam zu Boden sinken. Es ist eine Musik, die dich dazu einlädt, tief durchzuatmen. Immer wieder tief zu atmen im Rhythmus der Musik. Wenn du eine geführte Entspannungsreise hören möchtest, dann besuch mich bei Entspannung wirkt Traumreise. Diese Musik verwende ich im magischen Herzbaum. Und wenn dir mein Kanal gefällt, abonniere ihn gerne und lass 5 Sterne da. Und damit wünsche ich dir eine gute Entspannung. Egal, ob du Tag träumst, einschläfst oder einfach etwas liest. Egal, ob du Tag träumst, einschläfst oder einfach etwas liest. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.